hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge wo mit unseren hordejäger die letzte aufnahme session ist echt schon lange her ich glaube wir gehen jetzt erstmal die aufgaben ab und gucken was als nächstes passiert so weiter verbrechen systeme bitte warten teilweise wieder herstellungsprozess erfolgreich muss weiter um ein dämmung der verwerbnis zu reparieren dass das hier große verwerbnis und gibt das nahe gebäude sofortiges handeln erforderlich gut dann müssen wir die kugeln zerstören ein paar untote sowie den okay das scheint dann doch ein bisschen leichter zu sein sehr schön aber auch besiegt auch von dem müssen wir die knochen sammeln okay das sieht aber auch geil aus wartet mal noch mal nachher noch mal ein schöneres bild tschuldigung leute so hier ist noch eine weitere kugel davon können wir mal ein bild machen wie wir die kugel zerstören so aufmachen oder wie du uns angreifst okay dann nicht bevor du uns tötest zack verwandeln würde ich mal ein bisschen machen wir dich ein bisschen kleiner so bist du klein und niedlich so zack und ich habe kein ziel haben wir so da hinten ist noch einer noch nicht bereit ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön so sehr schön wo ist das denn hier die untoten machen wir müssen auch noch 15 töten auf geht's tier angriff zack aber auch das ist der erste tod ich brauche ein ziel war sehr schön jetzt der letzte noch kommt habe kein ziel so wo sind denn noch ein paar sind hier welche da unten ist einer kommen wenn sie noch ein paar mehr das ist sehr schön von den großen brauchen wir auch noch wo ist dann unser tier das tier unser tier ist tot unser tier tot ich sag mal wieder öfters heilen dann setzen wir uns mal wieder ein fokus setzen und sehen wir uns auch ein besser so ein redikt so kann man da hinten geht es weiter ich hole auch gleich noch dazu dann heilen wir mal unser tier nicht dass es gleich wieder stirbt ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren oh hier sind arme toten dinos ich habe kein ziel so schaffen wir denn ja eigentlich müssten wir den schaffen na komm her hier doch den schaffen wir ich habe ganz vergessen hier abzuschießen aber das schaffen wir den schaffen wir auf jeden fall den schaffen wir auf jeden fall der uralte kiefer ich kann den ganzen namen nicht lesen das sollte ich kann es angezeigt uh dieser tier ist gleich tot da hat er doch ein bisschen mehr power der kleine ich brauche ein ziel da ist er besiegt es gibt ja den schutz schmuckstück sieben das schon das hört sich echt gut an wir behalten das mal drin so wir müssen noch ein paar von den töten da kommen wir ja zack da oben ist glaube ich noch ein großer raptor den wir auch nochmal klein machen müssten die aufgabe auch schon erledigt zack ich muss zuerst etwas anvisieren ja so und kommen zu zack ich brauche ein ziel können wir nicht auch damit abschließen schade so kommen wie viel brauchen wir noch von euch noch 6 ok dann müssen wir mal ein bisschen gas geben dass wir die auch noch schnell kriegen sagt ich habe kein ziel so was wir mal probieren könnten ist von dem kann man ein foto machen den finde ich toll ok wie könnte ich so nah ran ok na komm wir töten einfach das foto kann ich auch später machen will euch jetzt nicht die ganze zeit belästigen dass wir mit den fotos hier machen so zurück ich brauche auch noch dann das sind drei fünf brauchen wir noch tier heilen ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön ich hole auch noch mit dass du bist und sage ich brauche ein ziel den da hinten können wir uns noch holen das sieht geil aus würde der nicht daran rumspringen da machen wir gleich ein foto das sieht echt gut aus ich muss näher heran ich muss zuerst etwas an wie es hier von kölnmann foto machen dass sie diese maja dass wir hier sowieso alles so toll ein bisschen rüber und sehr schön nochmal eins sehr schön so und jetzt können wir was müssen wir hier noch machen da müssen wir noch irgendwas erlangen oh oh er schon wieder er schon wieder so da ist er der titan der titan hüter da gehen wir dann mal die drei aufgaben ohne schön ohne auch noch und weitere drei aufgaben vernichte eliminiere und töte ok also nach da oben müssen wir mal aufpassen nicht dass der uns gleich wieder angreift den sarkophag an seinen hintern hängen so machen wir laufen schnell hoch jetzt brauchen wir euch hier so tor versiegelt oder sind die nächsten komischen elefanten ich brauche ein ziel auch geschossen sehr schön er ist besiegt wir haben uns mal nach oben gegeben da steht schon der nächste irgendwie verstehe ich die nicht mehr was sagen aber ist was das für die sprache schon wieder ist bist du da oben auch gleich hinterher aber noch ein von dir und da oben ist dann euer oberkuchen ich möchte erst etwas anvisieren das tor dahinten zu haben wir die beiden aufgaben fertig das tor also starke kämpfer sind die nicht mein tier verliert kaum leben nach zwei tor müssen schließen das tor schließen aber auch nicht oder jetzt sehr schön ich habe kein ziel aber dann laufen wir zum eindämmungsprotokoll ist da oben ok da ist er ja und ran mit dir also für uns auch keine probleme darstellen ja er ist auch schon gleich besiegt sehr schön ich brauche ein ziel und besiegt haben wir ihn bauwerk inneres sicher entität genannt prinzessin talange anwesend selbst so verwüstet kommt mir das hier irgendwie bekannt vor dann gehen wir mal die aufgaben bei den guten titanen hüter ab dann gucken wir gleich mal was gleich passiert uh es gibt wieder eine schöne waffe beobachte die nur bei der suche nach der lösung bezeichnung bezeichnung ein alter gott deshalb haben die blutrolle meine stadt angegriffen wenn das letzte siegel zerstört ist wird das monster auf azeroth losgelassen richtig prinzessin euer kampf ist vergeblich da hohen wird frei sein sobald sanderlein trümmern liegt das reich der alten götter auferstehen nein ihr werdet meinem volk kein leid mehr zufügen euer wahnsinn endet hier ok müssen wir sitzen bestimmt so viel leben und sehr nicht so der sah wird fallen und mein meister wird endlich frei sein eure mickrigen ich habe kein ziel und jetzt noch etwas anvisieren so zeigt die anderen müssen auch noch schnell mit tüten ich habe kein ziel stirbt heute hexe ihr seid weit gekommen ich kann das nicht angreifen ich muss zuerst etwas anvisieren versucht nur uns aufzuhalten ihr werdet richtig schön leiden ich kann das nicht angreifen er hat sich schon wieder vorbei und wir leben noch athena wird für diesen wahnsinn bezahlen sowas gibt es einen schönen ist ein bogen und starb in dem natürlich den bogen der ist um einiges besser als sehen wir schon haben und aufgewertet ist auch noch sehr schön ziehen wir gleich mal an so trifft mit totalen aushalt von ok wir warten draußen auf euch champion lasst uns jetzt besser aufbrechen ja kommt ich komme hinterher so leute aber wir gehen jetzt noch kurz raus bevor die folge endet ok dann machen wir das doch in der nächsten folge ich sage euch danke fürs zuschauen und wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht schaltet wieder zur nächsten folge ein lasst mir kommentare da feedback würde mich auch freuen und bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss